Hallo, 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 hallo und willkommen zurück zu Kalt of the Lamb. So, dann schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Oh, da hat einer eine Quest für mich. Was willst du denn? Es weht ein kalter Wind, die Toten sind nah. Ich höre sie flüstern. Führe ein Ritual des Blutmondes durch, damit wir ihre rastlosen Geister sehen können. Was bist du denn für ein Bier, du? So, mach mal lieber Farmarbeit mit. Okay, Ritual des Blutmondes will einer. Und da bietet jemand die Ressourcen an. Ich schätze, hier arbeitet niemand, weil die gerade alle die Farm noch zusammenstecken. Haben sie gut gemacht. So, uh, da haben wir einen Älteren. Vielleicht können wir den opfern. Wir schauen auf jeden Fall erstmal, ob wir hier irgendwas bauen können. Samen-Silo. Lagere Samen ein. Das klingt doch ganz sinnvoll. Das mach mal. So, würde ich mal sagen, hier irgendwo Farm-Nähe passt. Ja, baue mal alle zusammen. Ach, obwohl, ich werde euch inspirieren. Ja, das freut euch. Und das freut mich wiederum. So, dann haben wir hier Pilze. Bieren, 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 Bieren. Ah, jetzt gieße ich auch noch. Wir machen nicht alles nur die oberen zwei Reihen irgendwie. Äh, gießen meine Leute eigentlich auch. Beziehungsweise wann fangen die denn an, hier überhaupt mal was Sinnvolles zu machen. Und hier beim Farmen zu helfen. Da tun wir auch noch goldene Scheiße rein. Auch nochmal. So, das wird gegoschen. 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 Und noch dreimal. Und dann würde ich sagen, geh mal in den nächsten Dungeon. Und Regenbogen. Ach, das bringt es ja nur, dass die sofort sammeln. Aber sind die Bärenbüsche nicht normalerweise größer? Äh. Okay. Schauen wir mal, wenn wir hier normale Samen reintun, ob die es wenigstens schon mal anpflanzen. Ne, gut. Dann würde ich sagen, können wir direkt mal in den nächsten Dungeon gehen. Hier, hier, zwei Ketten sind noch dran. Und jetzt mischen wir unter Wasser. Hallo, du hast so viele Mäuler zu stopfen. Du brauchst sicher ein paar Samen. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit knurrenden Mägen. Ich richte mich hier ein. Und wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nö, nö, mach mal ruhig. So, für neun Follower schaltet man die Tür jetzt frei. Wir behalten die Follower natürlich. Die müssen nicht geopfert werden. Ah, sehr schön. Ich, ich liebe den Artstyle von dem Spiel. Ne, ich finde, die Updates haben nochmal coole Elemente reingebracht. So, jetzt wird es aber Zeit fürs Kämpfen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas hinbekommen, oder ob ich, weil ich wieder so spät aufnehme, nur auf die Fresse kriege. Das kann ich noch nicht sagen. Uh, ein Amer mit Schaden 6,5. Ja, der wird entsprechend langsam sein. Ja, hab ich schon bei deinen Brüdern gelesen. Ich glaub euch nichts mehr. Oh, mein cooler Hammer. Hab ich noch eine schwere Attacke? Weiß ich nicht. Das wär mal rausfinden. Es gibt Leute mit Suchpfeilen. Lass das mal. Kann ich denen nicht ausweichen? Weiß noch nicht, wie ich denen ausweiche. Au. Dann fluche ich halt. Ja, Tentakel lösen doch alle Probleme. Ja, und da unten gibt's Terro-Karten. Bin ich schon mal gut. Mag die Pfeile nicht, die mich verfolgen. Boah, krieg ich auf den Sack. Krieg ich auf den Sack. Jetzt kriegen die aber auch ein bisschen auf den Sack. Ach, da ist hier noch einer. Ja, war ja noch einer. Uh, blaues Herz. Ah, krass, ich hab auch nur noch zwei Herzchen. Ja, ja, Karte ziehen. Äh, ja, ja, Schicksal, Kral. Ja, weiteres Mal. Äh, die erste Karte ein Leuchtfeuer. Die zweite ein Schatten. Die dritte etwas Verlorenes. Möglicherweise gestohlen. Umgedrehte Karte muss gesucht werden. Die Karten sprechen. Ein Reliktruf. Du musst es suchen und beanspruchen. Äh, ich spüre, dass heute Nacht das Schicksal bei diesen Karten die Hand im Spiel hat. Okay. Nämlich trotzdem, äh... Boah, blaues Herz beim Töten eines Gegners. Keine Ahnung, warum der gerade so gesprächig war. Hat vielleicht nicht viel Besuch bekommen in letzter Zeit. Okay, danke für den Stein. Quale! Kann ich mit euch was anfangen? Quale! Anscheinend noch nicht zumindest. So, bisschen Kristalle eingesammelt. Komm, komm auf die Farm. So. Uh, seid ihr viele Monster. Ich bin echt nicht gut mit dem Hammer. Das ist nicht der Hammer, würde ich sagen. So. Auf die Schnauze. Wenigstens war da ein Herzchen drin. Oh, der ist nix in den Lagerfeuern. Das stört mich. Ein bisschen. Vielleicht ja kein Fleisch rausploppt, aber... Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen anspruchsvoll. Heute einfach ein bisschen anspruchsvoll. Oh, da war ein leichter Raum. Dagegen habe ich nix. Uh, ein Lachs in den Stein. Vielleicht habe ich doch eine Quale erwischt. Weiß ich es nicht. Dann gehen wir mal weiter. Und der Raum ist geklärt. So, und was haben wir für eine Tarotkarte? Feuerer, ein Projektil ab. Okay. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Äh, das sieht interessant aus. Das ist die Quest. Okay. Schauen wir mal, welches Relikt wir bekommen. Wenn ich das mir richtig zusammen gelesen habe. Was ich bauen wollte. Das ist Baumwolle. Reicht Schafwolle nicht aus. Mit dem Ausland aus hier. Äh. Okay. Wieso sind die markiert? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich mal aufpassen sollen. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Baumwolle mehr. Ja, so. Den Opa können wir wieder zerstören. Oder die Oma. Ich glaube, Kalamar ist weibliche Göttin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht die Göttin der Weiblichkeit. Alter, die Räume gehen schnell. So. Ja. Alle tot? Noch nicht alle tot. Hör mal auf auszuweichen. Das darf nur ich. Oh nee. Mal willst du Kalamari. Er hat viele Gefäße wie dich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie allesamt. Du bist weitergekommen als die meisten. Zugegeben. Also ja. Ich werde es sehr genießen zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Eine Seuche soll über ihn kommen. Nein. Ich fühle mich nicht so gut. Jetzt hör auf meinen Leuten Schnupfen anzudrehen. Oder Brechdurchfall. Du bist ein Arsch, Kalamari. Ah. Dann müsste man wohl Krankenbetten früher oder später freischalten. Wahrscheinlich eher früher. Uh. Waffe. Vampirschwert. Schaden nur 1,7. Nehme ich trotzdem. Wiederverwerten. Vielleicht hilft es mir, was bisschen schneller zu schlagen. Ja. Was nehmen wir? Waffenschaden erhöht um 20%. Jubi. Obwohl, eine kann ich noch herbeibieten. Ah. Hab zwar nicht so viel Geld, aber trotzdem. Wirf eine freundliche Bombe. 10% Chance, einen kritischen Treffer zu bekommen. Das hatte ich bis jetzt noch nie ausgerüstet. Mal schauen, ob das was bringt. Das ist ja nur 10 mal Treffen. Äh. Au. Mensch, seid ihr fiese Typen hier. So. Oh, da geht's schon zum Boss. Mensch, bist du hästlich. Salios. Komm hier, ich befreie mich von deiner Hästlichkeit. Der ist ganz schön pieksig. Äh. Äh. Komm hier schon. Mach ihm Schaden. Schaden. Ja, so. So geht's Schaden machen. Nein, kackt nicht noch weiter so aus. Au. Hat nicht den Falschen getroffen. Au. Au. Ja, ich weiß, die zeigen extra so schöne Pfeile an. Ich bin nur ein bisschen langsam beim Ausweichen. Hab ich so im Gefühl. Aber wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Komm schon. Yay, neuer Follower für mich. Ja, Kleiner, keine Angst. Ich sammle noch die Wut hier auf. Und dann wirst du zur PDF konvertiert. So, was nehmen wir? Blumenkohl. Oder Blumenkohl-Samen. Nehmen wir lieber mal die Samen. Nachpflanzen finde ich immer besser, als nur... Nur ein Men-Produkt zu haben. Weil irgendwann wird das ausgehen. So. Also erster geschafft. Und Qualle. Ah, eine lebende Qualle. Keine lebenden Quallen. Nein. Die sind so klug für mich. Alter, zum Kult zurück, ja. Müssen denen eh noch was vorbieten. Obwohl das gerade Nacht, da sind sie immer so unfreundlich danach. Ah, ich helfe dir nix. Bisschen, bisschen schlecht drauf dürfen zu sein. Solange Papa da doch bessere Waffen kriegt, ist hier alles in Ordnung. So, einmal. Nein, bevor ihr schlafen geht, red ich noch. So. Red ich. Puh, gerade noch rechtzeitig. Noch sehen sie gut gelaunt aus. Ja. Komm schon. Reicht das? Das reicht nicht. Mist, seid doch mal, du Idealer, ihr Schweinehunde. Sehr gut. Ah, danke. So. Krone. Was kann die Krone machen? Eine neue Doktorin. Was nehmen wir denn? Äh, arbeiten und bieten. Machen wir mal Versorgung. Ich dachte, hätten wir schon. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen sofort für die Ernte bereit sind. Oh, das ist nicht schlecht. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das es zwei Tage lang wahrscheinlicher macht, dass besondere Fische beim Fischen erscheinen. Du wirst auch die doppelte Menge Fisch fangen. Äh, Meeresfülle, Ernte. Ernte ist halt nicht so wertvoll, also. Wir machen das mit der Meeresfülle, weil die Leute müssen hier ja auf den Farm arbeiten. Können mich ja nicht nur anbieten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wahl war. Ah, zumindest angeln macht ab und zu Spaß hier. Deswegen. Führe man das jetzt gleich durch? Nö. Gut, Rituale. Stimmt, das ist freigeschalten. Abklingzeit läuft bei dem einen. Opfern müssen wir jetzt nicht unbedingt. Na gut, dann geht mal schlafen. Und ich sammle hier das schöne Zeug ein. Das muss man aber auch demnächst mal upgraden können. Hab ich zumindest das Gefühl. So, okay, zu sammeln. Ah, die gießen. Dann kann ich einen zur Farmarbeit verdonnern. Vielleicht den neuen hier. Ja, ja. Du wirst konvertiert. Form auswählen. Irgendwas süßes. Giraffe. Äh. Iiii. Ich mag diese Art von haarlosen Katzen eigentlich nicht. Oh, ist das ein schöner Gorilla. Obwohl, hier haben wir schöne Fische und auch ein Reh und ein Elch. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal hier schon Narwhal ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Ich lege mich nicht drauf fest. Aber den haben wir ja aus dem Wasserdungeon. Äh, hat er auf jeden Fall die richtige Form. Ja. Ja. Farmarbeit. Und ihr pflanzt sogar einen. Wunderbar. Einer ist krank. Das ist schlecht. Kann ich schon eine Krankenstation bauen? Wahrscheinlich nicht, weil ich das immer für unnötig halte, eine zu erforschen. So, dann bei nochmal mehr Gegenstände. So, das und das. Wir schauen mal hier nach Krankenstationen. Nee, sieht nicht erforscht aus. Hier ist nur ein bisschen Deko. Wohohohohu. Goldenes Lamm, aber auf jeden Fall. Mitten auf dem Weg. Ja, das ist mir schon irgendwie scheiße. Der Tempel ist im Weg. Da steht's gut. Da steht's gut. Das dürfen jetzt aber meine Follower auch selber bauen. Die haben Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Die haben Durst. Was kriegen die denn? Graschleim. Auch das fühlt zumindest. Äh. Sofort Fäkalien hinterlassen. Das klingt gut. Ja, brauchen wir als Dünger. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, viermal, fünfmal, sechsmal. So. Und dann kauf mal. Ah, können wir gar nicht kaufen. Schade. Nein, es gibt nicht genügend Betten für meine Anhänger. Das müssen wir noch korrigieren. Ich glaube, einer ist obdachlos. Setzt mal noch eins hin. Können wir nicht... Ah, da ist auch gerade eins kaputt gegangen. Und dann... Ach, ich kann die auch drehen. Cool. Oh, ich setze mal da noch eine hin. Ja, nicht sofort einkacken. Das sieht gut aus. Hunger geht nach oben. Betten werden gelobt. So. Dann müssen wir jetzt aber noch mal in den Dungeon. So. Und ein bisschen Geld beisammenhalten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Follower, die mehr arbeiten. Und mehr beten vor allem. Was ist denn das? Ein türkisches Schwert. So. Sieht nicht besonders scharf aus. Wir probieren es trotzdem. Wieder so einen Fluch mit Ziel erkennen. Danke, Fäden. So. Nieder mit dir. Bist du der Letzte? Ja, war der Letzte. Schön die Knochen der Feinde mitnehmen. Und dann wird es wohl wieder ein Ritual geben. Oh, wer ist denn das? Klunko und Bob. Ach, der Wurm ist bestimmt einer davon. Hallo, kleine Islam. Freut uns, dich an so einem gefährlichen Ort zu sehen. Ich bin Klunko. Das ist Bob. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Ratau. Um die ganze Nacht zu zechen und zu würfeln. Das wird eine ordentliche Party. Ratau und die anderen wissen, dass ich es beim Wetten manchmal übertreibe. Letztes Mal habe ich gewettet und meine Hand verloren. Das ist echt grausam. Das nenne ich mal eine schlechte Hand. Haha, es war zum Schreien. Das glaube ich. Ich gewinne sie aber zurück. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Du scheinst hart im Nehmen. Reich und risikofreudig zu sein. Perfekt für Astragoli. Astragolo. Ja, 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 ich weiß. Sorry, ich bin leider nicht reich. Kann ich mitmachen. Ich habe, glaube ich, 5 Dollar. 20 Goldmünzen. Wann bist du denn für ein Viech? Weiche. Ist gewichen. Funktioniert auch prächtig hier. So, wir gehen weiter jetzt. Nein. Gerade mit Feuerbillen. Uh, zieh das Eisbluts. Friere alle aktiven Gegner ein. Das wird für den Bosskampf nützlich sein. Ja, ja, heute Nacht Schicksal. Gut. Äh, 20% Chance für ein Erzchen für ein blaues Nehmer. Das nehm er doch. Zielsucher. Ich liebe diesen Fluch. Für meine Gegend. Selber erleben möchte ich ihn eben gern. Ja, Münze, Münze, Münze. Interessant. Da gibt es tatsächlich einen Kackehaufen. Nehm er das doch mal. Also da sind zwei Fragezeichen. Würden mich eigentlich auch interessieren. Aber zuerst geht es an den Dünger. Oh, schaut euch die Häufchen an. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas Besonderes. Nicht, dass es nur die normalen sind. Naja. Jetzt wissen wir Bescheid. Wären die zwei Fragezeichen vielleicht spannender gewesen. Naja, wer kann das ahnen. So, einen Follower kriegt man auf jeden Fall nochmal. Und dann wird wieder gekämpft. Beziehungsweise jetzt wird auch schon gekämpft. Ja, ja. Lasst euren Boss mal in Ruhe. Ich werde allein fertig mit euch. Und schon. Ja. Ja. Und diese Feuerdinger. Und tot. Und tot. Und nochmal. Ich glaube, danach gibt es noch eine Welle. Sieht man hier an den roten Steinchen. Zwei fehlen noch. Au. Ja, eine noch. Eingefroren. Wärtet ihr, wer ist ein bisschen länger eingefroren? Ach, ihr seid noch ein bisschen gefroren. Das ist schön. Und du gehörst ihnen ja. Für immer. Und ewig. Oh, ein Krokodil. Bist du schon ein Krokodil? Ja, siehst du aus wie ein Krokodil. Das respektiere ich. So. Ja, ist eigentlich egal. Höchstwahrscheinlich egal. Ja. Ich schon. Weg damit. Und her mit der Hingabel. Hm. Das ist aber ein großer Typ. Weiche. Ist gewichen. Ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gebracht. War aber jetzt genauso wahr. Ich wollte es eigentlich genau erzielen. Ich habe es dann aber doch trotzdem nicht gemacht. Ich habe so lange dann das Gefühl, wir könnten Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen hochdrehen. Oh ja. Ich meine. Was ist denn dein Krokodil? Was ist denn das für eine komische Levelanzeige? Was habe ich denn für eine komische Levelanzeige vertreten? Nee, noch nicht. Irgendwer, ich hab's wieder vergrissen. Friert. Ich dachte, ihr friert näher ein. Tja, jetzt läuft's. Jetzt ist der Letzte auch irgendwie angreifbar. Na, also. Und war Tama für Flüche göttlicher Explosionen oder Mahlstrom, Tentakel oder Gegner zurückschlagen? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Raketen. Können ich mich nicht beschweren? Schau wieder, Kalan. Mal willst du. Dein Freund Ratau war das letzte Gefäß, das gegen uns in den Kampf geschickt wurde. Der unterwürfige Feigling. Und es gab unzählige vor ihm. Alle gleichsam erbärmlich und unwürdig. Nichts erniedrigt so sehr wie Krankheiten. Ich bringe eine Plage über deinen Kult. Schau wieder, das hast du letztes Mal erst gemacht. Ah, jetzt machst du alle krank. Arsch. Erschin. Ah. Kämpf doch direkt gegen mich. Einfach du Feige, der Fisch. Die Fischchen. So. Ein bisschen sehr Hackschnipseln hier. Oh. Ich glaube, ich habe erstmal genügend Knochen meiner Feinde. Karotkarte. War nicht so viel rumgekommen. Nice. Karte wird aufgedeckt. Können wir nochmal zurück. Da unten war man da. Jetzt wo die Karte aufgedeckt ist. Ich meine, wir hatten ja einen Raum zurückgelassen. Das sieht zu Fragezeichen mäßig aus. Ach, hier hängen ja Sonne, Mond und Sterne. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, ja, Tarotkarte ziehen. 20% Chance, keinen Schaden zu erleiden. Ja. Nimm ich. Niesmal kaufen wir aber keine. Ich muss irgendwie Geld zusammenhalten. Ach so, neuer Fluch. Ausrüsten. Dann nehmen wir wieder den anderen. Und dann kriegen wir schon ein Gold mehr. Ach, 43 Münzen haben wir. Insgesamt. Das reicht hier für nix. Ich wünsche hier gäbe es so einen Geldbaum, den wir noch anpflanzen könnten. Obwohl ich kann meinem Boss hier ein bisschen was verkaufen. Zumindest Münzen sind echt das, was am knappesten ist. Kristall. Und Knochen. Ja. Vielleicht will er Kristalle kaufen. Sehr wertvoll um diese Jahreszeiten. Oh, oh. Das habe ich ein bisschen vercheckt. Oh, da hinten verspuckt so viel. Au. Arsch. Ein Spiegel. Okay. Okay. Mach ich. Weg mit den Tarotkarten. Und Waffel hoffentlich jetzt ganz gut. Schauen wir mal, ob das sinnvoll war. Ja. Ja. Bin nicht unzufrieden mit der Fluchstufe. Die Waffe ist halt, boah, geht. Geht, geht. Aber nix besonderes. Zumindest gefühlt nicht. Oh, explodiert. Oh, explodiert. Oh, explodiert. Wunderbar. Mal schauen, dass wir die Flüche beisammen halten. Bis zum Semibosskampf, nenne ich das mal. Neue Flüche, die schlechte sind. Ne, die wechsle ich nicht mal für Geld eins. So, vielleicht kriegt man mehr Eifer oder mehr Waffenschaden. Ah, mehr Waffenschaden wäre wahrscheinlich sinnvoller. Jetzt haben wir Eifer. Einfach damit, äh, ich den Fluch öfter ausführen kann. Aber rüm. So, der sieht ein bisschen vergiftet aus. Das nehm ich gerne. Das nehm ich gerne. Na, schade. Zumindest suchen die jetzt hier. Joa, ich würde sagen, den kriegen wir auch platt. Und da ist er platt. Joa, keine Angst. Nun kommt schon Papa in den Quilt. Tja, was können wir wählen? Blaupose, Goldklumpen oder Blumenkohl. Nehmen wir mal die Blaupose. Ein gewölbtes Fenster aus Buntglas. Ich glaub's ja nicht. Naja. Jetzt gehört's uns und wir können's bauen. Wenn wir wollen. Oh, neue Doktrin. Na, freut mich. So. Und einmal zum Kult zurückkehren. Vom Grat rechtzeitig zum Beten. Oh, das lief doch ganz okay. So, ich glaub zwei neue Follower haben wir jetzt sogar. Ah, sollen die mal beten? Einfach bisschen mehr beten. Oh, die goldene Statue ist gut. Na, bringt ja nix zu beten, wenn das hier immer noch eine falsche Stufe hat. Und 15 von 20. Ja, wir bräuchten eigentlich Tempel 3. Denk ich mal. Dämonenbeschwörung Hammer. Dämonenbeschwörung 2. Missionar 2. Düngersilo auch gar nicht schlecht für die Farm. Nehmen wir mal das Düngersilo. So, annehmen. Okay. Oh nee, habt ihr überall hingekutscht. Oh, macht ihr denn. Hinterlass doch lieber solche Goldhäufchen. So, und Hunger habt ihr auch noch und du willst was von mir. Ich spüre meine Knochen knirschen und meine Sehkraft schwindend. Und mein Herz sinkt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe. Oh, mächtiges Lamm. Ah, jetzt bist du alt geworden. Das ging wie auf Knopfdruck. Oh, wieso? Wieso war der eine unglücklich? So, müsste ich hier erstmal sauber machen. Nein, nicht kutschen. Lieber kacken. Und zwar was Goldnes. So, von mir aus könnt ihr ruhig im Bett bleiben. So, das ist repariert. Äh, Stein, Stein, Stein. Holz, Holz, Holz. Gerade umgekehrt gesagt. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Ressourcenweiher. Ah, Mist, das war ja mein gutes Geld. Brauchen wir trotzdem. So. Fünf sind krank. Aber nicht gut. Halt mal erstmal eine Predigt. Vielleicht läuft es dann besser. Ja, es sind auch nur tatsächlich die da, die noch gesund sind. Die anderen sind einfach solche Drückeberger. So, Krone, neue Doktorien kann ich machen. Was macht man? Versorgung. Haben wir irgendwas mit? Nee, Jenseits. Gehorsam. Besitztümer. Mach mal Versorgung zu Ende. Äh, alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Substanzen erlaubt. Erhalte 20 Glauben, wenn ein Ritual der Gehirnwäsche durchgeführt wird. Oder alle Kultmitglieder erhalten Eigenschaft Prohibitionismus. Nein. Substanzen sind erlaubt in unserem Kult. Sollen wir schon die leckeren Pülze lecken? Ja, jetzt geht es euch wieder gut, oder? Ja, mach mal jetzt. Beten wir mich an. Na, das ist ja super. Gebt euch aber mal ein bisschen mehr Mühe. So. Können wir irgendein Ritual gegen den Schnupfen machen? Wahrscheinlich nicht. Könnten das Fischritual machen. Würde ich zumindest gerne sehen. Knochen haben wir genug. Das ist ja ein schönes Ritual. Vor allem cool, dass es die zwei Fische hier gemacht haben. So, ich glaube, das war einfach nur Zufall. So. Ihr wollt was Phrasen zwischen die Backen haben und so weiter. Was haben wir denn? Fischmalzeit. Und Fleischbrühe. Und Fleischbrei. Ah, klingt doch gut. Schweimer gekocht. Schweimer gekocht. Ah, wäre das im echten Leben doch auch schon leicht. Und vor allem das Abspülen danach. Trotz Spülmaschine. Das ist aber auch was, auf was ich nicht unbedingt verzichten kann. Hat sogar irgendwann in meiner Studentenwohnung so eine halbhohe Spülmaschine, die umständlich am Wasserhahn festgemacht wurde. Okay, jetzt sind die nochmal mehr gewachsen. Kann man da erstmal wieder was rein, zum Beispiel Blumenkohl. Das sieht gut aus. Und natürlich die Hirnische Pilze. Achso, ich habe das Relikt. Das war tatsächlich eine Quest, die ich noch nicht gefunden habe. Steht recht dran. Clownex Relikt. Relikt. Lass mal die nochmal dran. Ah, Schildkröte ist zurück. Ich bin von meiner erfolgreichen Mission zurückgekehrt und bringe Geschenke. Ja, mach Schildkröte. 33 Wurz. Ah, danke schön. Ich kann gleich einen weiteren schicken. Äh, nicht nochmal den, der ist auch erschöpft. So, was machst denn du? Münzen. 82 Prozent. Gute Reise. So, ich habe echt nicht genügend, die mich anbeten. Achso, weil die den meisten krank sind. Ja, ja, ich verschone dich. Auf jeden Fall annehmen. Und du darfst beten. Komm schon, Betmenü anbeten. So. Ja, natürlich verschone ich dich auch. Was hast du für Eigenschaften? Polyamorös. Ein Schnarcher. Und jezornig. Oh je. Jezornig. Was ist denn jezornig? Vielleicht diese hässliche Katze? Äh, beziehungsweise die nicht schöne Katze. Hier oben haben wir allgemeine Form. Oh, das Stickdrift hat nach oben. Ein bisschen Nasenbär wäre natürlich auch was. Nehmen wir mal den Panda. Und noch eine Farbe wählen. Jezornig. 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 Du gehst zum Anbeten. So. Dann können wir die nochmal auffüllen. Oh, ein Kotje auffischen. Ich mach doch nichts lieber. So, dann würde ich mal sagen... Oh, zwei brauchen Bett. Äh. Schon sind sie unzufrieden. Und da noch eins hin. Da. Und da. Und dann hab ich schwuppdiwupp nur noch 14 Gold. Ich hab echt keine Ahnung, wo das immer hingeht, mein Geld. Vielleicht in goldene Statuen von mir selber. So, jetzt schau mal einmal nach dem Fischen. Wenn wir schon das Ritual gestartet haben. Mein muss hier sein. Ich kenn das Ritual nicht. So. Fischi, Fischi, Fischi. Komm schon. Die besonders wertvollen. Oh, der war besonders klein. Aber viel. Viel kleinen Vieh macht auch viel Mist. Was ich von meinen Hasen weiß. Und das sind nur zwei. Oh. Echt nicht schlicht. Da lohnt sich's Fischen. Glaub aber auch in der Episode ist das das... Neues Relikt. Fülle Eifer sofort wieder auf. Lade Tempo schnell. Danke. Ja. Gefällt mir. So. Ich werde in der Folge wahrscheinlich aber nichts mehr anderes machen, als hier zu fischen. Das heißt für die, die... Hier... Uh. Was haben wir denn da? Hallo? Die nicht mehr zusehen wollen, können jetzt schon das sinkende Schiff verlassen. Ich weiß nicht, was das ist. Backt das gerade? Kann auch nicht mehr fischen. Was bist du? Vielleicht verlasse ich kurz mal die Region. Komm noch mal her. Vielleicht ein kleines Neuladen. Aber ich glaube, das war wieder ein Relikt. Und das konnte ich nicht aufnehmen. So ein Scheiß. So. Wieder zurück. Neuer Tag. Neues Glück. Hoffe ich zumindest. Vielleicht schwebt es ja noch da. Ne. Aber das Fischritual gilt trotzdem noch. Vielleicht kommen ja noch ein paar Relikte raus. Das wäre klasse. Oder Tarotkarten. Oder Geld. Lila Hummer. Waren die immer schon lila? Oder sind die besonders? Keine Ahnung. Ja. Wir kümmern uns heute nur noch um die Überfischung. Das heißt, falls ihr jetzt schon raus wollt, ist das verständlich. Ich werde versuchen, noch ein bisschen hier zu angeln. Zu sehen, was so kommt. Wird bestimmt auch nicht allzu lang dauern. Vielleicht fällt mir auch sogar noch was Interessantes zum Reden ein. Aber ich finde das sehr meditativ hier. Komm schon. Nein? Was bist du denn für ein Arsch? Komm. Komm, komm, komm. Bist du ein Relikt? Boah. Das waren gute Sachen. Ich bin zufrieden mit dem Ritual. Ich finde die Crops, also die Nutzpflanzen, können auch ein bisschen langsamer wachsen. Braucht er kein Ritual, um alle auf einmal wachsen zu lassen. Gleich ein Ritual, um alle Fische irgendwie im Netz zusammen rauszuholen, wäre auch noch praktisch. Können wir das hier auch noch einen Tick? Effizienter. Nicht durch. Das wird sehr viel Oktopus geben in der nächsten Woche. Bin persönlich noch nicht auf den Geschmack gekommen. Hab's auch noch nie probiert. Äh, der Plan ist, das beizubehalten. Einfach nicht meine Welt. Ja, komm schon. Wir müssen schon arbeiten an der Überfischung. Oh, das war ein großer Oktopus. Zählt das als mehrere oder bin ich einfach nur gerade... Hab ich mir versehentlich noch eine Lupe aufgezogen. Verschwertfisch kenne ich. Auch der war nicht so dunkel, Lila, oder? Keine Ahnung. Fische sehen komisch aus. Darauf können wir uns wahrscheinlich alle einigen. Ja, Moment, ich mag das Ritual. So, aber da ein neuer Tag ist, lohnt es sich auch noch mal zu beten. Damit leveln wir ja auf jeden Fall noch mal auf. Je nachdem speichere ich aber, bevor wir das machen. Und dann mache ich das beim nächsten Mal. Müssen wir mal schauen. So langsam habe ich genug vom Angeln. Aber die paar größeren hätte ich natürlich noch gerne. Eine 1A-Proteinquelle. Oh, wieder der Kleine. Beziehungsweise wieder kein großer, obwohl so viel gutes Zeug da drin war. Oh, das wird der ganz kleine. Na, und mal hin. So, jetzt aber einen dicken Fisch. Alter. Boah. Spiel doch nicht mit mir. Also so viel besser war das jetzt auch nicht. Ich glaube, von der Größe kann man gar nicht so viel aussagen mehr. Ich wusste nicht, ob man das jemals konnte. Tja. Komm her, du dickes Biest. Hab ich's? Ne. Ich hab's nicht. Ah, Mist. Ja, also das hat sich auf jeden Fall mehr gelohnt. Komm schon. Ja, die dicken Dinge. Vielleicht sind die dicken einfach einfacher zu fangen. Gut, obwohl hier ist nicht wirklich was schwer zu fangen. Ich finde, die Großen müssen größere Beute ergeben. Irgendwie macht es mir Sinn in meiner Welt. Na gut, dann holen wir noch den Pimpf. Und glaub, den letzten können wir dann auch noch machen, wenn keiner nachspawnt. Der Pimpf hat sich auch gelohnt. So. Jetzt den letzten Fisch aus dem Meer holen. Oh, der ist wieder ein bisschen widerspenstiger. Uh, Gold. Wunderbar. Können, glaub, hier drin noch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Uh, neue Tierform. Was bist du denn? Bist du ein Seidberg? Weih nicht, was das ist. Dankeschön. Und ich nehm auch das mit. Ah, sieht bei mir daheim wieder ganz gut aus. Die sind nicht mehr so unfreundlich gesinnt. Vor allem nicht mehr so krank. Obwohl, das Symbol ist ja andersrum. Die sind zu krank. Schauen wir mal. Vielleicht haben sie sich einfach nur erleichtert. Jo, das sieht nicht hygienisch nicht gut aus. Darum kümmern wir uns aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis morgen. Ja. Ich bedanke mich. Ja. Ich bedanke mich. Tschüss. Vielen Dank.